Da müssen wir uns aber das Thema im Kopf behalten. Ich würde aber jetzt gerne darüber reden. Naja, das willst du ja nicht in deinen Videos. Naja, das macht man nicht. Ich glaube, es ist auch nicht so angebracht. Das macht man nicht. Also, wie du gerade schon sagtest, erst ab einer bestimmten Grenze bekomme ich das dann halt. Best of Fail Picks. Totally Late Game Charm. Wahrscheinlich. Aber der hat Totally. Totally, ja. Von fetter, fetter, fetter Keksfuß ist der PC abgeschmiert, alles klar. Ksefuß. Fetter Ksefuß. I'm confused. Oh ja. Nicht nur du. Kommt gleich nach. Schon wieder einer der AFK ist. Kommt. Nein, Linde, komm zurück, komm zurück. Ich will ausprobieren. Das habe ich immer noch. Jetzt habe ich nicht mehr auf. Oh mein Gott, wir hätten sie. Oh mein Gott. Kommst du, Alter, was machst du? Ich war gerade im Menü, ich habe gerade... Nein. Fail Flash. Oh, das ist jetzt unfair. Und sogar die Niali, Alter, die müssen jetzt umnieten. Was im Menü? Soll ich noch einen Eder hinterdrängen, oder was? Nein, das ist ja dann so eine Menü-Karte. Aber egal. Menü hat spawned. Ach ja, das Geilste ist, der Cosmo King beide gerade der Korki, also wenn ich so ein Nummer Ria durch hochladen, also wie normal. Der hat geheult, dass die Regeln scheiße sind und dass wir scheiße sind, dass wir absolut alle nichts können und spiel wieder mit. Geilste Ironie einfach. So, also, wer ist AfKar? Nautilus und... Ach ja, Nautilus wieder und fetter Käse. Ja, dann bleiben wir einfach hier stehen. Gerade die beiden, die am meisten ausfallen. Ja, oder? Ich verstehe nicht, warum geht man AfKar, Alter, wenn man weiß, das Spiel geht gleich los. Naja, ab und zu gehe ich auch mal ein Brot machen, aber es dauert ja nicht lange. Warum seid ihr schon wieder AfKar? Ja, die beantworten dir jetzt 100 pro. Das sehen die aber, wenn die wiederkommen. Wer hat denn von den 1000 Malgieres? Der Nautilus Mr.? Nein. Keiner. Gar keiner von beiden. Na wer wohl, Alter? Alter, die Soraka. Ja, fast schon Level 2. Ja, super. Lass mal aus, dass ich drüberlaufen. Aus Versehen? Ja, nee, nee. Ich stelle mich jetzt gleich hier in den Busch und dann... Ja, auf jeden Fall, ich komme mit. Ich gehe hierher. Ich hoffe, der... Ah, der dauert noch ein... Ah, fuck. Hä, aber der hatte doch gar keine 1000 Malgieres. Eben. Deswegen ja, vorhin, und die Lux hatte welche. Ach, die Kack-Minions, Alter, die pushen schon wieder. Geht gar nicht. Ich dürfte jetzt zurückgehen. Die haben jetzt mehr. Die haben mehr, aber dann kommen unsere gleich wieder nach. Ja, aber die blauen Faktor-Minions sind irgendwie schlauer. Wie wir den Minions beim Bladdle zugucken. Ja, ist so. Castello und ich haben uns auch gestern eine halbe Stunde über Essen unterhalten. Oh, ja. Guck mal, die kommen schon wieder nicht ran, weil unsere Nachkommen... Was machen die da unten, Alter? Ja, aber hier kommen schon Tower-Minions, der... Von denen? Der darf nicht sterben von den Gegnern. Nee, aber er wird sterben. Wegen dem hässlichen... Ah! Ah, er hat überlebt. Er hat überlebt. Nein! Ja! Nein, er ist super. Nein, er ist gestorben! Aber wir haben massig... Massig, äh, Fernkämpfer. Ja. Aber ich weiß nicht, bringt das was, wenn Fernkämpfer, weil die stehen ja noch ein bisschen weiter. Ja, irgendwie nicht, ne. Kommt näher! Ah, EP! Ich bekomme. Ich auch. Ey, es ist aber unfair. Und, krieg ich noch? Okay, für die bekomme ich nicht. Nein, ich auch nicht. Schade. Aha, das ist dann wieder ein Nachkampf-Minion. Nein, ich habe keine EP bekommen. Ich aber. Ich habe später keine EP bekommen. Oh, ja, jetzt bin ich gleich schon Level 2. Oh, ja, das ist nice. Oh, ja, das ist echt unfair. Ja, komm, bei uns ist einer abk. Ja, okay, jetzt. Es sind alle wieder da. Okay, lass feiten, Mann. Alvis, Level erst mal. Obelix Camping. Wie wir hier alle stehen. Wenn wir Level 6, dann greifen wir an. Okay. Okay, lass, lass. Ich weiß nicht. Das ist doch scheiße. Aber uns im Video spuschen nicht schon wieder. Das ist doch doof. Wie sie... Wie sie sollten uns vielleicht mal suchen oder so. Da sind sie. Ash, ash, ash. Na, okay. Oh, nice. Was? Oh, ich schwitze ihn kalt. Suraka. Ich bin tot. Scheiße. Ein Team hat überlebt. ein enemy hat überlebt ja passiert so gut gelaufen ja passiert schon oh lol ich bin jetzt schon mir fehlen noch moment oh 9 xp dann bin ich level 2 ach mensch doch so schnell ach ja also ich weiß nicht was heute los ist naja da drin hat auch schon wieder EP bekommen und schon wieder vorsicht quatsch 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 fuck 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 hab ich gesagt ich hätte nicht vorher meinen Heal machen können ich hab nicht gewusst dass der da dass der ready ist ich dachte ihm weil warum musstest du auch first blood geben aah weil ich für fade flasht hab oder hat jemand der im Chat gejoint da ist der es da ist der es da spielt der grab leute trennen wir alter gg die ganze zeit nur am xp leech alter man ich komm da nicht rein weil ihr so fett seid zurück 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 ich brauch auch ein sie schien der war nice der war nice der war nice aaa b a wir haben wieder und wieder double grab die lernen das aber auch nicht ne was ja das dass wir hier im bus stehen und dass wenn die da hinkommen dann vor allem wir haben double grab das ist richtig mies ey haha aber gleich mal richtig gut auch jetzt noch mal hier ist ein ward gewesen gerade der hat ein ward gesetzt lass mal rausgehen ist klar niedercheated warum went naja logo alter die cheats die ganze zeit ist der hässliche kocki von gerade eben naja nein doch ist er hab ich dir das nicht gerade eben erzählt ja aber ich war gerade bei dem lucario 1 1 9 dass der dass der getriebt wie er jetzt recallt wenn er weiß dass er verliert das ist so geil nice Soraka nein so 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 ich glaube das bringt es diesmal nicht die sind ziemlich argot auf diesmal die kerle ja deswegen ich hole jetzt auf erstmal einen phantom dancer ich werde mir auch erstmal kein Schwert holen was ich bin überhaupt auch nicht weg weggegangen was ich bin überhaupt auch nicht weg weggegangen na bist du auch nicht mit verschichten ne bist du auch nicht mehr hat h nachdem sie unter dem mann gilt das gut aber es ist auch ziemlich langweilig halt in der position weil lass mal hinten ein bisschen so stehen weil die können natürlich auch von links kommen ja oder bleibt da stehen passen da sind sie go 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 nice good job very good job leih dumm ich geh da nicht rein aah aah bist du dumm der Autor ist normalerweise nicht ach Timo ja normalerweise nicht wenn man D3 lol wenn man S drückt D? ja D lol was ist das für eine Rage alter willst du jetzt oder nicht angreifen vorsicht ja genau blitzkrieg immer schon hinter uns laufen damit sie uns alle sehen ach das ist ja blöd hätte vielleicht mal weg hin alter der Wort spät die sind ganz schön gut naja nicht wirklich ja weil ich den Temo nicht kenne aber trotzdem ist es auch ganz schön gut naja für eigentlich keine Kunst ist im 3 äh 4 gegen von nein die hat hier gerade nichts gekauft mhm das ist klar hat sie hat sie hat die hat einen Orans Ring gekauft ich habe es gesehen obwohl ach das bin ich ja gar nicht ich weiß nicht ob sie es entweder neu angeordnet hat oder äh den hätte ich auch bekommen also du hättest dich nicht so stressen brauchen lol ja dat auto hätt kannst du vielleicht mal die nearly killen nein der stirbt nicht super die 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 ach so dass scheiße ja aber ich würde auch wieder mal angucken ok danach kaufe ich mir ein Dings Sport des okkulten Ich hab mehr Mana, ich hab mehr Leben, ich hab mehr Attack-Speed als du, ich hab mehr... Scheiße, nicht mehr. Man, warum muss denn jetzt so ein hässlicher Tründer mehr da reinkommen? Ich hab weniger Death als du. Ja, du bist ja auch ein AD-Carry. Range. Du auch. Ja. Was macht der da die ganze Zeit, dieser Blitzkrieg, oh mein Gott, ah Mensch, ah, der wird das Pushen aber schwer, wenn wir keine Stacks haben, und die werden auch nicht aufgeben, das weiß ich. Oh, da unten ist ein Olaf helfen, Olaf, äh, Olaf helfen, Timo helfen. Wir hätten irgendwo es getrappt. Hm, da ist es getrappt. Da ist es getrappt. Da kommt. Leute? Ah, ihr seid so fett, alter. Ja, was ist eigentlich, wenn Cho'Gars in diesem Busch da steht, mit 6 Decks und Surge? Und? Was soll er denn sein? Ja, dann dürfte doch gar keiner mehr da reinbringen. Da ist ein Wort reingekommen. Da ist grad einer gewesen. Hier ist ein Wort drin, wo wir grad drin stehen. Versteck mich, da ist kein Wort. Da unten. Was machst du? Leute, da kamst du wieder in Nierli Speer. Ah, Mensch, Blitz. Oh, Noob, ey. Ah. Grab. Ah, da hingen grabben. Ja, da hat ein Cooldern, aber... Ah, lol. Da ist ein Trenner. Ah. Ah, also... Kill sie alle. Na, leider nicht. Renn nicht zu mir, Alter! Ah. Lol. Ah. Ah. Schade. Hab ich auch grad gedacht. Ja, hier hinten ist ein Olaf im linken Jungle. Lass dir mal helft, der hat nicht mehr viel Life. und er ist hinter Timo. Da ist er. Ja. Und ich bin aber gerade in der Base. Achso. Nice Adrieto. Leviathan. Leviathan holt ich mir glaube ich auch. Ich hab mein Ziel nicht drücken können. Oh, ich hab meinen Swatch zurückholten. Nice. Ich auch. Nice. 2 nach 13 Gold noch mal bekommen. Finst es. Kommst du irgendwann mal, Alter? Ja, ich hab auch meinen Vampire Scepter geholt. Vampiric. Mach mal den ihr. Nein. Mana verschwenden. Obwohl ich hab Heal-Pots. Ach, Mana-Pots sind das. Außer im Regen. Jetzt sieht das Mana wieder. Nein, nie wieder. Für den ganzen Spielverlauf ist das jetzt gesperrt. Zwei Stack, eins um es hatte schon. Oh ja, Magis und Dingens. Fakt, Jan. K.S. Fail. Ich hab gedacht, ich komm da aber noch mit dem Outfit dran. Deswegen hab ich keine Kuh gemacht. Wir blockieren uns nicht ganz selbst, oder? Niali, Niali. Die hab ich noch getroffen. Na, aber die stirbt nicht. Warum nicht? Weil dein Gift nicht so stark ist. Ich würd's. Niali, 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 niali. Ich will sie töten. Ne, niali, niali, niali. Warte, niali, niali. Ich will sie töten. Lass, niali, niali, niali. Ah, das ist die Niali. Mardy hat so wenig Leben, ne? Oh, hier ist Narkst. Ach, Mensch. Komm, jetzt kill ein, ich will nicht frisst. Verdammt, er. Vielleicht kommt der Sperr geflogen. Da kam der Sperr geflogen. Warum bin ich so übel langsam, Alter? Was soll das? Vorsicht. Vielleicht ein Niederlisch sperrt. Oh, fuck. Oh, ja. Das ist einmal in 17 Minuten. Ja, unsere Schuld. Ziemlich. Wir haben auf Kills geachtet. Shame on us. Bist du bescheuert oder so, du dreckst Blitzcrank? Jetzt kommt der Flash. Ich musste aufpassen wegen der Niederlisch. Der Typ hat sich ja direkt hinter mich gestellt, damit ich den Sperr abkriege. Okay, das ist ein bisschen arschig. Schön, EP geleached. Da, genau das meinte ich. Vielleicht ist er Blitzcrank. Ich war Boots. Cttt. Ist am Laufen. Wir können ein paar sich schon dran machen zum Puschen. Das ist drin da und... Oh, da ist drin, ja. Hin, hin, hin. Und eine Ash. Alter, das ging aber schnell. Ja, lass mal... Jetzt bleibt Timo bleiben. Das ist drin, das ist drin, das ist drin. Das sie auch gerade da ein Wort gesetzt haben. Krass, oder? Auf einmal teleportiert sich da einer hin. Er ist dabei der Einzige mit Teleport. Danke, scheiße, ey. Ich denke mal, die werden jetzt alle da hingeportet. Ja, das hätte ich aber auch am Anfang gesagt, dass wir vorsichtig sein müssen wegen fünfmal Teleport. Aber dabei war es nur einmal. Vorsichtig, okay, es ist Niederlisch. Da unten der Ash, Vorsicht. Nice. Good job. Ja, der war gut. Timo macht aber auch merkwürdige Sachen. Keine Boots? Okay. Wir können durchpushen. Ja, der wäre echt knapp. Ich recall noch und da können wir was kaufen. Kaum hätte ich recallen, oder? Oder brauchst du nichts? Ich brauche nichts. Okay. Noch brauche ich nichts. Noch. Hier wäre nicht schlecht. Jetzt kommt nämlich gleich Niederlisch aus dem Wald und dann bist du tot. Das war aber nicht ein tolles Game für uns, oder? Naja, irgendwie nicht, ne? Ich fand das irgendwie langweilig. Ich würde schon sagen, du tankst, aber der war aus dem Linien. Ich glaube, die stehen jetzt alle auf K in der Base. Nee, Niederlisch nicht. Das traue ich dir nicht zu. Ich will alle Vinyls wegnehmen. Ihr Schweine. Ich habe Lebensraum, deswegen nehme ich die eigentlich primär. Ist klar, ist klar. Haha. Ja stimmt, nur die Niederlisch, nicht da. Da ist sie, war doch klar. Hast du was an uns erwartet? Nein, nicht wirklich. Und der Olaf ist da. Und der Trinder. Ohohoho. Läuft. Warum kriege ich den Scheiß? Den Scheiß ab. Warum kriege ich den Scheiß ab, habe ich gerade gesagt. Also da sind keine Minimitionen. Jetzt li... Tja. Und so poste ich hunderttausendmal die Regeln, wenn sie sich doch keiner durchliegen. Warum eigentlich da? Warum eigentlich da?